Underrated, ganz klar underrated. Ich wollte schon sagen, das passt doch noch nicht. Es würde wahrscheinlich ein Jahr später diese Antwort geben. Ich glaube, der Fußball lebt von Emotionen, von vermeintlichen Fehlentscheidungen. Entweder oder mit Fabian Reese. Fabian, entweder Nutella mit oder ohne Butter. Ohne. Messi oder Ronaldo? Ronaldo. Warum? Ja, ich finde Messi ohne Frage den talentierenden Spieler. Und ich glaube, er hat auch noch magischere Sachen. Aber ich bewundere einfach Ronaldo, weil einzig und allein, weil er so besessen trainiert hat und so ein Ausnahmeathlet ist. Und das über mehrere Jahre, konnte er überhaupt diese Frage jemand stellen. Weil sonst würde Messi weit vor ihm sein. Aber nur durch diesen enormen Fleiß über Jahrzehnte sind wir hier und sitzen heute und diskutieren über die Frage, wer besser ist. Extreme Hitze oder klirrende Kälte? Extreme Hitze. Bayern oder Dortmund? Bayern. Ich glaube, die letzten Jahre im europäischen Fußball hat einfach gezeigt, dass Bayern München die Fahnen hochgehalten hat, unglaubliche Erfolge gefeiert hat. Und muss man einfach sagen, den deutschen Fußball auch über Europa hinaus attraktiv macht. Berlin oder Kiel? Berlin. Ich lebe gerne im Hier und Jetzt. Bin einfach unglaublich zufrieden hier und glücklich hier sein zu dürfen und für ein wundervolles privilegiertes Leben. Und Kiel wird immer meine Heimat bleiben. Aber momentan ist Berlin. Weil momentan ist meine Heimat und mein Zuhause Berlin. Gucci oder Dior? Wenn es nirgendwo draufsteht, Gucci. Warum soll es denn wo draufstehen? Ja, ich sage Mode. Also klar, ich habe sicherlich auch was, wo mal eine Marke draufsteht. Aber ich glaube, wahrer Fashion ist, wo ja keine Brands draufzusehen sind, sondern wo man sagt, okay, das Gesamtbild sieht einfach gut aus, sieht stilsicher aus und sieht besonders aus. Und nicht nur, weil es assoziiert wird damit, weil es eine teure Marke ist. Feiern oder ruhiger Abend? Ganz klar ruhiger Abend. Ja? Wir sind Rentner, also sehr früh. Das Partytier war ich noch nie. Ich trinke sehr, sehr selten Alkohol. Und ja, mir gibt es sehr viel in dem ganzen Trubel, der unter der Woche herrscht, dann auch Revue passieren zu lassen, auf der Couch einen Abend ausklingen zu lassen, gute Gespräche zu haben. Klingt vielleicht langweilig. Aber zum richtigen Zeitpunkt, wenn man was Besonderes erreicht hat, wenn man besondere Erfolge feiern kann, dann darf man auch mal feiern und sollte man auch feiern. Ich finde nur, dass man es nicht inflationär nutzen sollte. C anstoßen oder an Papier schneiden? An Papier schneiden, ganz klar. Mein großer C ist ein bisschen alles Ferse. Der ist ein bisschen eine Kapselverletzung von früher. Von daher lieber Papier anschneiden. Last-Minute-Sieg oder ein Comeback nach einem Rückstand? Es ist ja beides das Gleiche, oder ne? Nee, Last-Minute kann sich auch nur Null stehen, ne? Ach so. Ja, ähm, Comeback mit Sieg würde ich nehmen. Also am Ende will ich das Spiel gewinnen. Nie wieder mit Fabian Rehse. Fabian, nie wieder ein Spiel gewinnen oder nie wieder ein Tor schießen? Nie wieder ein Tor schießen. Das ist eine verdammt gemeine Frage. Aber ich gewinne die Spiele gerne, mach Assis und dann passt das auch. Nie wieder frieren oder nie wieder schwitzen? Ich glaube nie wieder frieren. Nie wieder Kraft oder nie wieder Cardiotraining? Beides, glaube ich, sehr schwer, wenn ich's nicht mehr machen würde. Das stimmt. Für was würdest du dich entscheiden? Langfristig aufs Leben gesehen nie wieder Cardiotraining. Ich mag Liebekrafttraining, ähm, ja, für Körperästhetik. Nie wieder deinen Lieblingssong hören oder nie wieder deinen Lieblingsfilm schauen? Nie wieder meinen Lieblingsfilm schauen. Eher der Filmtyp als Musiker? Nee, ich bin eher der Musiktyp. Ah, eher Musiktyp als? Komplett durch die ganze Bandbreite, aber eher so Black, bisschen UK, bisschen Amerika, so. Also Broadway, 2-Z. Nie erste Bundesliga oder nie wieder Stammspieler? Nie wieder Süßes oder nie wieder Salziges? Nie wieder Süßes. Ist du überhaupt Süßes? Ja, also, es wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen, wir können nie was essen, aber ich versuch's zu minimieren. Hier im Haus findet man noch Süßes. Ein sehr guter Trick, weil dann isst man tendenziell viel weniger Süßes, als wenn man die, ja, Versuchung hat, mal was zu nehmen. Aber, ähm, ich hab eine Freundin, die ist, äh, einen sehr, äh, Feinschmecker-Gaumen. Von daher ab und zu gibt's auch mal was Süßes, aber, äh, sehr, sehr wenig. Ich achte auf meine Ernährung. Nie wieder Fußball schauen oder nie wieder Netflix schauen? Nie wieder Netflix schauen. Nie wieder Auto fahren oder nie wieder fliegen? Nie wieder fliegen. Nie wieder DFB-Pokal gewinnen oder nie wieder in Urlaub fahren? Ich hab das ganze Leben gesehen nie wieder DFB-Pokal gewinnen. Aber, äh, ich würde das wahrscheinlich in, ein Jahr später diese Antwort geben. Ja, da sprechen wir gleich drüber. Nie wieder warm oder nie wieder kalte Getränke? Nie wieder kalte Getränke. Also eher trinkst du Kaffee als Cola Zero? Ja. Ja, dann würde ich normale einfach, ja. Over oder underrated mit Fabian Rehse? Fabian. Erling Haaland? Underrated. Der VAR? Overrated. Warum Overrated? Ich glaube, der Fußball lebt von Emotionen, von vermeintlichen Fehlentscheidungen. Und, ähm, ich glaube, wir haben viele Jahre den Fußball geliebt, auch als, äh, mal eine Entscheidung zu Ungünsten von uns getroffen worden ist. Und, äh, die Schiedsräter geben ihr Bestes. Äh, ich glaube, da, äh, dürfen wir nicht zu viel Technik ins Spiel kommen lassen. Wärst du für die Abschaffung des VAR? Neutral. Ich finde grundsätzlich den VAR auch gut, dass man manchmal einfach klare Fehlentscheidungen sanktioniert und verändert. Abseits oder nicht? Genau. Rote Karte, keine rote Karte, Tor oder nicht Tor. Mhm. Aber manchmal, ähm, zu häufig greift er ein und stört einfach den Fußball. Aber, äh, alle sind ja bemüht, das zu optimieren. Die richtigen Fußballschuhe? Äh, äh, underrated. Underrated. Ganz klar underrated. Ich wollte schon sagen, das passt doch an uns nicht. Äh, Eisbahnen. Underrated. FIFA zocken? Ganz klar overrated. Endlich, sagt's mal jemand. Ich hab keine Playstation. Ich auch nicht. Ich, äh, zock nicht, hab das noch nie wirklich getan. Und von daher, ähm, ja, gibt es nicht. Es ist verschenkte Lebenszeit in meinen Augen, aber jeder kann ja seine Meinung dazu haben. Ballon d'Or. Underrated. Die Premier League. Underrated. Apple. Underrated. Jamal Musiala. Underrated. Koffein. Overrated. Bist du nicht so der Kaffee? Ohne Frage, ähm, aber ich glaube, dass, äh, Dopamin als Beispiel einen viel mehr noch in höhere Sphären bringt und wahre Emotionen, glaube ich, sogar noch mehr Push geben kann. Venture hat ein Symbol. OUGH